Wir sind bei MoneyTowoc, Serviceniederlassung in Langenfeld. Hier ist das Headquarter für Gebrauchtkrane in Europa. Hier werden Krane repariert, instand gesetzt, gewartet und unsere Gebrauchtkranabteilung liefert von hier aus gebrauchte Krane aus. Alle Kraner, die nach Langenfeld kommen in die Werkstatt, die werden im Vorfeld einmal durchgefahren. Dass wir jede einzelne Funktion anfahren und prüfen, ob sie funktioniert. Nur, dass der Kran im Top-Zustand das Werk verlässt. Jedes Gerät wird individuell betrachtet und wir finden maßgeschneiderte, individuelle Lösungen. Sie befinden sich hier beim Hersteller. Wir können eigentlich alles möglich machen. Wenn wir Hauptkomponenten getauscht haben, wie Wippzylinder, Auslegerröhren etc., dann wird der Kran auch über die Abschaltwerte hinaus getestet. Damit wir sicherstellen können, alle Komponenten funktionieren und halten auch das aus, was der Kunde haben möchte. Das Gerät kann sofort in den Einsatz gehen. Wir gewährleisten, dass am Tag der Auslieferung das Gerät mängelfrei ist. Dann kommen die Kunden hier hin, kriegen eine Einweisung von uns oder der Kran geht per Schiff in die ganze Welt. Wer von uns einen Gebrauchkran kauft, kann sich darauf verlassen, dass alle Wartungen durchgeführt sind und er lange Freude damit hat. Und deswegen vertrauen uns Kunden aus der ganzen Welt. Das Gerät ist, dass wir mit der Schiff in der ganzen Welt vergangenen sind. Das Gerät ist, dass wir mit der Schiff in der Luft unterscheiden. Doppelungen, können wir mit dem Erlöserlauf oder uns vertrengen werden.